Meine Damen und Herren, ich habe destilliert die Beste von die Besten über viele Jahre. Ich bin Storyteller in Ireland, in Scotland. Es gibt sogar eine alte Tradition. Storyteller mit einer Musik auch, die Geschichten erzählen. Kommt mal zu mir. Geht ihr einen Applaus? Wo kommst du her? Frankreich. Oh, really? So weit bist du bereist. Wo zu sehen wir? Ja. Oh, ich bin glücklich. Wo in Frankreich bist du zu Hause? In Lyon. Wow. Gibt ihr noch Lyon Storyteller? Sagst du, Alexander, was steht er auf? Zwei sehr scharfe Zahnchen. Darum herum. Einem gelb-schwarz gestreifte Gesicht. War keine Dunamo-Fan. War eine fucking Scheiß-Tiger. Und der Tiger hat zum Glück zu... Große Lust nach Frühstück. Ja, und sofort, die Sohn von die Paddy-Scheiß geschlebt nach Hause. Zu Daddy. Hat gesagt, du, Daddy. Ich werde heirat. Achtung, fertig, start. Äh, Märchen? Nein. Verschiedene Tiere übereinander gestapelt. Ah, clever! Achtung, fertig, sex ist nicht alles, ha? Ja, 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 ja. Danke. 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 Vielen Dank.